Ich weiß nicht, weil du willst dich so gut verlaufen hast. Marte! 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 Wir sind besser auf Feuer, ne, Kollege? Ne, wir haben jetzt 50 Leute. Okay, fotografieren wir uns alle gegenseitig. 6, 6 Leute machen mich Arschwurm. So viel Abweicherschein. Ey, wenn ich 5 Monate überhaupt okay, ne? Aber hey, für ne Bitch. Du weißt nicht, warum das... Marte, wieso machst du nun da immer so viel Gute von uns? Wenn das nicht anbrennt. Es darf bloß nicht, wie man sich... Das ist für mich ziemlich schweißig. Das ist auch viel langweilig. Ja! Hey, Marcel! Florian und ich wollen uns auch eins teilen. Wollt ihr beide eins haben? Wir teilen uns eins. Also jeder so ein Viertel-Eckmann-Ding. Mr. Broke, man! Alter, ich bin mir jetzt auch eine Kippe fein. Ja! Also! Boah, das sieht aber lecker aus. Soll ich meinen Bauch nehmen? Michael! Marcel! Guck mal hier! Das ist so wie ein Viertel. Das ist schon ein Spall-Ding. Ladies on the door! Hier, da kriegst du ein Pferd drauf. Hier, ich meine ein Viertel. Das ist ein Pferd! Nicht ein Viertel! Ich glaube, es ist heiß, ne? Genau! Das meinte ich! Nein, es ist nicht heiß, ne? Fast nicht heiß! Was? Huuu! Nein, es ist nicht heiß! Alles gut!